und weiter geht's aber wie zur hölle kommen wir weiter ne da komm ich nicht hoch aber wo zur hölle geht's lang das war der richtige weg ja ich habe ich auch so so So, hab ihn. So, dann müssen wir euch ja nicht hier unten durch. Ich brech mal wieder so in Punkte oder so. Ahem. Okay. 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 B. Cut. Sollte müssen wir da lang. Ich verscheide mal hier gerade, das ist mir gerade ein bisschen zu heiß. Naja, okay, das kommt, war es jetzt. Und tschüss. Pah, ich war klar, das zählt doch. Jetzt müssen wir gleich wieder zu dem anderen Punkt zurück. Mal gucken, wo wir hin müssen. Ich habe wieder ganz am Anfang. Na komm. Okay. 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 Gut. 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 Genau. Gut, das sieht nichts aus als Kollege. Eine Hülse, bis ich werde, okay. Gut, das sieht nichts aus. Gut, das sieht nichts aus. Gut, das sieht nichts aus. Weil wir den ganzen Weg nicht mehr auslaufen müssen, sondern einfach wirklich weiter können. Gut, das sieht nichts aus. 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 Leck mich doch am Arsch, dass ich dich nicht kriegen kann. Gut, das sieht nichts aus. 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 Das macht es auf jeden Fall dadurch einfacher ab. Wie bist du da runtergekommen? Das war... Diese Drecksracken, ne? Bleib stehen! Stimmt zu mir. Gleich geht's besser. Aber ich könnte ja mit der Macht einfach mal kurz lahmlegen und dann mir packen. Aber zum Glück nichts Schlimmeres, oder? Aber zum Glück nichts Schlimmeres, oder? Ja, sicher. Nichts Schlimmeres. Wie läuft's da hinten, BD1? Hä? Ein Eindringling! Äh, in Ordnung. Oh nein! Oh nein! Oh nein, 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 nein! So. Hab dich. Nein! Warum greif ich da nicht danach? Der springt schön vorbei. Alter, was... was tut vom Mieten hier? Dann! Oh nein, ich bin nicht dabei. Also so, wie ist das so... Boah, ich bin damit da. Wenn das so gut vale... Fynn l deactiviert. Das ist doch schon super. Es ist ja klar, dass das Weißling kommt. So, meditieren wir kurz mal, teilen wir es mal wieder her. Zumindest haben wir jetzt den Weg geschafft. Boah, Alter, endlich. Oh, machen wir kurz mal. Super. Das heißt, wir machen in der nächsten Folge. Super. Super. Super.